Oma wird sich über die Pilze freuen. Sie sagt immer, die Besten findet man tiefe im Wald. Aber es ist so still hier. Fast so still. Diese Krähen, die scheinen mir zu folgen. Albern Krähen folgen keinem Menschen. Warum sind das so viele? Was wollen sie von mir? Beruhig dich, Lina. Es sind nur Vögel. Ich werde nicht zulassen, dass sie mich einschüchtern. Sie sind weg. Ich muss Oma davon erzählen. Sie würde sagen, es war ein Zeichen des Waldes. Jetzt aber schnell. Die Pilze warten nicht. Und das riechtern. Untertitelung des ZDF, 2020